Macher Check erklärt sich selbst. Joé. Meine Verehrung und herzlich willkommen bei Macher Check erklärt sich selbst. Ich möchte heute ein Geheimnis lüften. Manche von euch haben schon mitbekommen, es tut sich was im Hause Macher Check. Und zwar folgendes. Macher Check hat jetzt eine Band. Die möchte ich kurz vorstellen. Am Schlagzeug niemand geringerer als mein Kompagnon seit vielen Jahren, mein Kübler erster Sahne und Güte, der Franz Löchinger. Dazu kommt jetzt mit Charme und Esprit die Mimi La Rocca, zuständig für die Tierfesseite am Bass. Und damit ich nicht so einen Stress habe, gibt es einen Gitarristen, der wirklich Gitar spielen kann, auch die hohen Lagen beherrscht wie kein anderer und den Falsette-Gesang wie ein Wiener Sängerknabe, der Holly Petroli. Somit ist die Band komplett und wir freuen uns auf gemeinsame Auftritte und viel Spaß dabei. Bis bald.